Du hast die Tastatur gekotzt. Ich hoffe alle. Wieder da. Gesundheit. Gib dir den Leblon-Namen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Das ist anstrengend. Wessen Katze muss da getreten werden? Miau! Miau fliegt nur so ein Buch durch den Raum. Ich mag den spanischen Dude hier. Warum wird dir AP Kaiser empfohlen? Ich hasse AP Kaiser. AP Kaiser scheiße ist, darum willst du ihn empfohlen. AP Kaiser ist scheiße, deswegen wird es ihm empfohlen. Richtig. Aber Thunderlord Kaiser ist geil. Oh ja Frau. Ich find's schön, dass er den Trait verloren hat, weil er einfach an dich ran gelaufen ist. Tau dich. Das macht's ja nicht. Ne, wenn die ein Pussy ist. Lulu, warum? Warum hat die Tränen nur die Lulu? Das war schön im Aram. Du drückst einmal W mit Spain und hast einmal deine ganze Leiste voll. Super. Weißt du, wenn dir das noch irgendwelche Stacks geben würde, außer dass du Ulti-Casten kannst, dann wär's glaub ich auch cool. Ja, es gibt ja mindestens Healing. Das ist doch schon mal was. Ja, wenn du full life bist, bringst du dir genau gar nicht. Ich bin ich aber nicht. Ist nützlich. Salon. Salon gay Bowser. Bumm. Das macht keinen Damage. Ne. Weh. Alte, dir hat's das ja richtig gegeben gerade. Los, zeig uns der man. Wumms zieh. Ob ich den Flash benenke? Ob ich den Flash benenke? Wumms zieh. Wumms zieh. Du hast gleich den ganzen Schwarm gerufen, ne? Ja. Ich sag ja. Im Aram ist das einmal witzig. Und trip. Und das war nicht schlau. Hey, wie kommst du da rauf? Internet. Slack. Sie müssen so ein Skin für Swellen machen, wo er Brieftauben hat. Oh, das wäre sogar cool. Danke. Bitte. Ich weiß noch nicht, was ich gemacht habe, aber bitte. Kannst du jetzt stoppen? Ey, wieso? Ich hab doch nur den Free-Kill abgeholt. Das war sogar noch ein Free-Stack dabei. Also war es für mich. Danke. Den wolltest du haben. Bumm. Ey, will irgendjemand ein bisschen Musik? Ne. Alter, ich besitze sieben von acht KDA-Skins. Komm mir nicht mit. Will irgendjemand Musik? Ich hab jeden KDA-Skin doppelt außer den Ari-Skin. Ich hab jeden KDA-Song auf dem Handy. Bullshit. Das macht nichts. Das macht immer noch nichts. Komm, die alle Respekt für mir haben. Ich find's schön. Ich hab einfach keine Passive im Aram. Ist das nicht toll? Pfff. Ich besitze keine Passive. Doch, pardon. Ich krieg fünf Arme und Magic Grass. Das ist meine Passive. Naja, Kindred's Passive ist auch genervt hier. Ja, aber die kriegt wenigstens was. Kann ich hier irgendwo Dragons töten? Haben die Gegner eine Shyvana? Nein. Soll ich mich verwandeln? Das ist so weird. Da. Siehst du? Die Pulle. Ah, da die LeBlaufe? Ich glaub's nicht abgesehen. Alter. Warum durfte ich mich grad vier Sekunden lang nicht bewegen? 5,8 Sekunden zu zählen. Hallo Freunde! Ipams! Ich glaub, dass sie einfach nicht straight durchgelaufen ist. So freuen wir uns nur die anderen. Den Schaden? Den nehm ich jetzt noch. Schulz. Das weiß ich nicht. Mann. Herbert. Grönemeyer. Jürgen. Jürgens Fes. Hallo? Mensch ist Mensch! Ich weiß es nicht. Ich glaub hab er den gemacht. Autsch! Autsch! Du scheiße! Mann down! Mann überbord! Nein, Furry überbord. Ist nicht so richtig. Ich hab jetzt meinen Fiendiash. Ich bin useful. Das war's nie useful. Äh. Kindred ist nicht useful. Hat der Maul. Kindred ist immer useful. Vor allem wenn ich den spiele. Oder die. Bei dem Gegensatz zu dir weiß ich wie man auch so taggt. Ich weiß nicht. Aber irgendwie war ich da wieder für 6 Sekunden gesta- äh. Gefühlt zertiert. Das ist halt schrecklich solche Teams. Fick deinen Kack-Champ, Ali. Fick ihn einfach. Und das war nicht smart. Auch. War nur nicht smart, weil da so viele Federn waren auf einmal. Deswegen sag ich einfach nicht smart. Einfach im Kreis rennen. Wiii. Und Spells in die Richtung. Pop. I dare you. Wie lange ist die denn unsichtbar? So lang bis die Wolke weg ist. Ne ich meinte die Blonde. Eine Sekunde. Bis die wieder da ist. Was hat es damit aus sich? Da ist die Lulu einfach reingelaufen. Die. Und Akali. Und Akali. Und Akali. Und Akali. Hast du noch ein Stack? Dann bin ich sch третьig. noch die eine sache dann bin ich jetzt schon bei der kdu gesagt ich habe das jetzt nichts davon gemerkt ich habe fünf kills ja ich habe fünf mehr als du was ein argument ja und ich habe auch bestimmt mehr der mensch macht und auch viel mehr gemacht bis jetzt als du ich darf ja nicht so geht noch eine nur von mir weg die gingen rennen auch teilweise von mir weg hallo fick dich ich bin dafür dass wir akali fokussend ich muss auto attacken über diese zehn kilometer kette immer diese zehn rahmen die gleichzeitig kommen muss das scheint das ist mein champion so nicht sein dass leute angst vor vögeln kriegen vorm vögeln was das aufgeflogen was war das für eine aoe range und das hat sich anders vorgestellt das ist egal ich will vor den dacastik danke für die uhr außerdem das ist so anstrengend und die zu regenerieren noch nicht auto attacken ich möchte einfach so wie so eine leiste ganz ganz langsam voll wird gutes schild frau ich räucherlich aus das ist jetzt bei mir nicht meine cue gekostet es ist das erste mal dass ich überhaupt mitbekommen dass wir eine lulu haben und ich sage zu lulu danke für die old guten morgen das war schon das dritte mal dass dieses game das ist von mir ist das macht nicht besser aber besser als wenn der wind ist sagen würde ok ok hat nie noch nicht assassin's dann könnte ich etwas mit meinen starken halten mit meinem hausberg anfangen ich glaube hätte ich dabei laut russland geschrien dann hätte ich gewonnen das macht fast schaden was deine weh ich gehe auch auf ad hier hatten alle scaling das kann man sich ja guter deutsch was nach kardin busch das größte busch und ich habe einfach random sie getroffen hauptsache ich laufe in die gleiche richtung die ganze zeit hallo immer wieder aus neuer lustig ficke sie sich ok vielleicht ein bisschen heim gewesen äh ja ich ehrlich aber nur ein bisschen aber ich hätte 5000 gold also es hat auch irgendwo nutzen nein 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 warum haben die beide hexte ich kam lädt ich habe mich auch plänt outplay button ist to strong with this one ich glaube ich kaufe jetzt auch hexte ich kam das ist böses im busch nein danke die hat geultet ich würde da weg gehen ich bin ich bin ich bin Ja, Bitch. Sucks to be you. Lux, was, ha? Was. Gar genau. What? Das war unsichtbar. Das war einfach gar nichts. How very nice of you, girl. No, really. Fuck you. Ich hab irgendwie das Gefühl, die denkt, die macht Schaden an mir. Mhm. Glaube ich auch. Können wir aufhören, die ganze Zeit mich zu fokussen? Sorry, du hast englisch hier auf der Stirn stehen und keine Schuhe. Also ich würde dich auch fokussieren. Ich hab wirklich hier auf die Unterricht stehen, wenn ich. Uh. Oder Dodge. Und es hier. Ich hab' keine Ulti. Boah. Wär nix unsichtbar sein, Bitch. Das war halt nicht worth it. Ich hab' keine Ulti. Was hat sie so, hat ihn so hart gehealt? Deine Ulti. Nee, irgendwas anderes hat ihn noch gehealt. Ja, wahrscheinlich schluckst du hier oder so. Fick ist es sich. Wollt ihr, dass ich vorbeikomme, hä? 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 Come on. Habe ich schon gesagt, dass das Game gerade sehr viel Spaß macht? Ja. Also ich hab' Spaß. Na du. Du wolltest unbedingt Kaiser spielen. Fragwürdig. Hallo. Hallo. Aua. Nee. Ich bin schön gedodged, aber es ist irrelevant bei dem Schaden, den die machen. Und Dodge. Ja. Akali Ulti ist einfach dumm. Na Freunde. Healing. Das ist schade. Ist ja fast gut gegangen. Zwei kills. Awkward. Jetzt bist du verrückt. Am Irrto. Halt Fresse. Fick ist sie sich. Im Ernst. Wer? Hä? Der macht das Damage. der war schon wieder ne komischer geiler der von nix kam ich glaube das ist wenn gegner sterben hinterlassen die immer so ein ding aber das hast du nicht infinite pick up range das kann manche minions sterben manche minnions ich hoffe dass auch sehr interessant ist ja wie eine seuche jeder hat ja eine vogelgrippe ich weiß gar nicht warum die überhaupt auf mich ultet ich weiß nicht welche probleme die haben jetzt hat sie sich umgebracht um mir ein bisschen schaden zu machen hallo ihr kennt das spielchen in der tat was haben sie davon dass er auf mich gegangen sind ich bin vor live das ist halt auch ein fick auf den turm ja ist scheiße wenn deine scheiße nicht trifft ne haus einfach dankeschön großgerau leute ja Vielen Dank.